Musik Ja ich hab äh richtig imposanten Himmel, richtig schön, aber auch ein bisschen pixeligen Himmel Alter, bei mir sieht's auch richtig cool aus gerade mit dem Sonnenaufgang Schön Alter bei mir sieht das richtig episch aus Ja so episch sieht's bei mir gar nicht aus, aber kann man sich mal geben hier Und mit der Musik und mit der Rund Ich find das gerade richtig geil, also bei mir sieht der Sonnenaufgang richtig nice aus Aufgang machen Ja ja, mein ich ja Äh, wir sollten uns echt auf den Texture Pack einigen, weil du hast eine ganz andere Wahrnehmung als ich Das ist dann doof, irgendwie, find ich Ja machen wir in der nächsten Aufnahme, ne? Ja ja So, let's go Let's go Ich würd sagen, wir gehen da in Richtung den Berg da, durch diese Schneise da, links neben dem Baum Links neben dem, ja ist okay Oder rechts neben dem Baum da, mein ich So, hier haben wir ein Sumpfgebiet, vielleicht finden wir hier ein Hexenhäuschen Ich weiß bis heute nicht, was die bringen, da findet man nix cooles, oder? Äh, ich hatte einmal eins gefunden, das sah aber recht selbst gebaut aus, das war aber nicht selbst gebaut Ja ja, die sehen auch sehr gut aus Aber hat meine Hunde all die überlebt? Der hab ich gerade noch gesehen, das ist irgendwie weg Der Sponti bestimmt hinterher Peter, nee, du hast ihn Peter genannt, ne? Ja, ich hab ihn Peter genannt, genau Bitte überlebt das Ah, knapp Ach ja Verdammt Peter Peter ist Tu mir das nicht an Und Hier könnte man so eine geile Jump'n'Run-Map machen mit den, äh, mit den Lillipads Ja Ich hab auch schon überlegt, die eigentlich mitzunehmen Um, äh Oh, zack Oh, Walut ist da Ja, da ist der Peter Aber die kann man nur mit Scheren abmachen, ne? Die, die Lillipads? Ja Nö Ach, die kann man auch so Ja, genau Ach, Tatsache Deswegen hab ich schon überlegt, lass, äh Ja, okay, ja, was heißt für später, aber Ja, irgendwann mal Ich mein, wir, sonst, sonst gehen wir mal auf der Suche irgendwann Ja, ja, klar Aber da vorne sind wir Kühe, ich wär dafür, dass wir die eben köpfen Jo, gerne Aber, 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 mach's, äh Mach's harmlos Also, so, dass die keinen Schmerz spüren, bitte Okay Deswegen hau ich auch zweimal drauf Ähm Aha Ich war gerade versunken Jetzt ist die Musik wieder aus Hallo Alter, die Kuh war auf LSD oder so Junge, die ist so abgegangen wie Schmitz Katze Echt? Ja Und wenn die abgeht wie Schmitz Katze, dann, 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 dann meine ich richtig ab Nö Da kann kein Windhund mithallen Hemst sie voll mal, bleiben sie stehen Ich finde sie auf sehr, äh, vielen verschiedenen Ebenen attraktiv Ich hab eine Orchidee für sie Ach, das ist, das ist sehr schön Hab ich durch sie durchgeschmissen, ganz elegant Du Sau, ich hab nur Orchideenallergie Hallo, ich finde sie auf sehr vielen verschiedenen Ebenen attraktiv Geben sie mir ihre Hand, ich möchte sie anfassen Oh, schon 18 Uhr, ich muss gehen Ein Hoch auf 3 Dudelsack 3 So, ähm, Kür Ja, ich mach mir noch eben kurz ein Werkbänkchen Ähm Ach, ich mach mir ein Werkbänkchen Ein Werkbänkchen Aber dieses schöne alte Minecraft Vanilla, das hat da auch noch was, ne? Ich find das nice Ich find das macht Spaß Das ist doch immer noch viel besser Und so langsam, so ruhig alles Okay, wir lassen, wir, wir rushen hier auch grad ein bisschen durch, hab ich das Gefühl Aber, nicht einmal so hektisch wie die ganzen PvP, weißt du? Die ganzen Agro-Kiddies heutzutage, ne? Die spielen ja nur noch PvP, hier, schieß mich tot, GOMA HD, Server, äh, Bad Wars Wie heißt das jetzt? Get down, dieses neue, ne? Ja, das sagt der zu mir Der auch nur auf GOMA rumhängt Genau, Alter Ja, kann ja sein, aber du spielst wenigstens mit mir hier Vanilla auch noch Die anderen würden ja sagen Pff, Vanilla Was soll ich denn da? Oh, Fliegenpilz, wir können das super machen Ja, oder? Ja, stimmt Pascal spielt auch eine überwiegende, äh, GOMA Siehste Also Du lässt dich wenigstens auf andere Sachen ein Das ist schön Ich find, bei Vanilla fahr ich nie was, äh, gegen gesagt Ne eben, aber es gibt halt diese, weißt du, was ich meine? So, jetzt erst mal, erst mal Steak essen Steakbrötchen, nice Weißer, Fischbrötchen in Minecraft Erstmal Mettbrötchen, ja Fischbrötchen in Minecraft, komm, das wärst du, oder? Ich wär voll für Mettbrötchen in Minecraft, Alter Einfach so ein gutes Mettbrötchen mit Zwiebeln dabei, wär geil Für dich ja hart feiern Ich würde das richtig hart feiern, hast einfach Mettbrötchen am Start, Junge Ja So, erstmal Kohle Hashtag Mettbrötchen Und darauf folgt Hashtag Mundkeule Mundkeule? Mundkeule Genau, Mundstuhl Kennst du Mundstuhl? Ne 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 Das ist peinlich Ich mein, ich kenn die vom Namen, aber was machen die? Also es ist so ne, ist es ist ne Band, oder so ne Ich glaub, das ist so ne Comedy-Truppe Ich hab keine Ahnung Mundstuhl, das sind so zwei Männer Zwei Männer, am? Oh, ich weiß gar nicht, ey Mundstuhl Keine Ahnung, so Mundstuhl? Ne, sagt mir nix Oh, mein Hund Und komm Wie ist da nicht der Schwanz? Am, 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 äh, am Schweif Tut mir leid Nicht am Schweif Am Schweif kann man sehen, äh, wie es dem geht, ne? Ja, das war richtig Ähm Ah, ich hab deinen Ofen geklaut, ne? Stimmt Ich, äh, kann ihn nochmal planten Hier, ich hab nämlich schon wieder schmacht Du hast schon wieder schmacht? Ich hab noch hier Ja, ich hab Okay, ja, dann mach mal Was hast du da? 16 Da tue ich nochmal 6 dazu Ja, wir haben's ja, ne? Wir haben ja, wir sind ja die Schnitzel-Crew Wir haben's ja, so Was ich jetzt mache? Ne, äh, Pilzsuppe, die nimmt so viel Platz weg Irgendwie So, wo kamen wir eigentlich her? Ähm Ja Das kann ich dir genau sagen Das war Da hinten Da Stimmt Hier, ne? Von da Dann müssen wir in die Richtung hier Ja, passt ja auch von der Sonne her Ja, wir müssen in die Richtung Ähm, fahren wir über den Ozean? Das machen wir, ja? Kraften wir uns Boote? Ja Kraften Wir kraften uns Boote, Alter Wir spielen ja auch Minecraft Minecraft Es gibt immer noch Leute, die sagen Minecraft, ne? Minecraft Ja, Minecraft würde ich auch sagen Echt? Ja Minecraft Heißt das so? Ja, doch Minecraft Minecraft, ja klar Minecraft, ich sag mal Minecraft Ist aber auch egal Wir kraften uns jetzt Boote und schippern darüber Das ist doch super Warte, ich mach mir schon mal zwei Ja, genau, mach dir mal zwei und ich, ähm Äh, zieh mir hier die ganzen Stakes ab So, hast du da eine Wurfbench aufgebaut? Nö Äh, nö Mach mal So, ja, hier Danke Bitte So, wir machen und Zack, 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 zack Oh, ich weiß auch noch, wie ein Boot geht Das ist ja, freut mich So, und Boot Was ist das eigentlich? Okay, nichts Jetzt haben wir zwei Boote Hier, ich, äh Schmeiß dir mal ein Boot in die Fresse Paff So, ich glaube er hat sich kurz gemutet Aber hey, ungeschnitten, ne? Mein Gott, so ist das hier Klau mir die Kohle Was? Marc-Jerome Was? Ich hab gesagt, lasch decken Hab ich gesagt, Marc-Jerome Äh, dein Hund Ah Peter, Peter, hier Was ist, wenn ich dem, äh, Fleisch gebe? Wird er dann wieder chillig? Ja, ich hab ihn wieder, äh Hast du den geschl- Ja, kommt davon, wenn du den schlägst Nein, ich hab den nicht geschlägt Ich hab dich geboxt Wenn ich dich boxt, dann wird der Aggro Mach nochmal Nee, du hast mich geboxt Echt? Wenn du mich boxt, dann wird der Aggro Boxt schon mal mit der Faust Oder Warte, 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 warte Nee, nicht umringen Er liebt mich nicht, er liebt mich nicht So, zack Zack Hier, nimm, fress Nein, es geht nicht, er hat keinen Hunger Peter, aus Peter Ich will dich nicht umringen Nein, nein Warte, renn mal ganz, äh, renn mal irgendwo hin Da, wo du nicht hinkommst Jetzt sind los im Kreis Warte, ich bau den zu Ich bau den zu, Eiskalt Bleib stehen Nein Ach, er sitzt, ach ja, das kann ich ja auch Wow, dass der sehr, sehr eingefallen ist Ja, da war ja was Der kann ja auch sitzen Ja, warte, ich hab gerade mal ein Mikrofon Hast du fein gemacht, Peter? So, Peter, let's go Jetzt, du, ein Baum So, ich hoffe, du kommst mit Also, hier ist das Hast du das Boot hier Zack, da liegt So, ist das auch ein Kennzeichen? Ein Kennzeichen? Nee, brauchen wir hier nicht Okay So, zack, ich hoffe Peter kommt mit Ah, der spawnt wohl auf der anderen Seite des Ozeans Wir fahren jetzt nach Amerika Okay Oh, nein! Scheiße, okay, das sollten wir vermeiden Warte, wo ist Land? Das war fast schon gut Ich muss mal eben auf die Insel da schwimmen Mal eben ein neues Boot machen Oh, meine, ja, kann ich hier abholen? Da können wir nicht so auch zu zweit im Boot sitzen Nee, kann ich nicht Ach, nee, in der 1.9 geht das Echt? Ja Das ist cool Warte, mach du da am Boot nicht auch noch kaputt Gibt's dann hier auch Eisenboote? Ich kann ja, ich kann ja Boot fahren Ja, ich auch Nur, ja doch, nee Ach, Hundi ist auch hier Guck mal So, ähm, Werkbank Zack, zack und Ja, was mach ich hier So Würde ich sagen, du hältst dich etwas rechts Also, oder links Ja, machen wir schon Aber nicht, dass wir gleich mitten auf dem Ozean hier irgendwie Auf Kollisionskurs gehen So, und Let's go Und nicht auf den Fischer fahren, ne? Das geht auch nicht, das dürfen wir auch nicht Ich glaub, das geht auch kaputt Let's try it Bitch Ja, du bist so blöd Ja, mir ist das ja auch passiert Nicht auf Tintenfische fahren Das ist kein Motorboot Was? Das ist kein Motorboot Hundi! Der kommt gleich Der ist B-Hol Hundi Wow, wow Hundi Wo ist mein Hamster B-Hol? So Jetzt auch mal zwischendurch Während der MC Vollmer sein Bötchen craftet Jetzt mach ich mir mal ein bisschen was Jetzt mach ich mir mal ein bisschen was Ja, ich bin hohengerecht Ich werde zu Diva Merkbar doch nicht! Doch, du bist voll die Diva Also, seitdem du mit Seitdem du mit YouTuber Vollkast bist du richtig abgucken worden Voll, sagt dann mit 600 Abus Ja, ist doch schon Ja, mehr als 599 Ne? Oh So Hundi, komm mit, Peter Und jetzt geht das ab Jetzt immer in Genau in die Richtung Nein, ich hab links Schiff gedrückt Nein Jetzt fahren wir in die Nacht rein Das ist auch cool Mal gucken, wo wir ankommen Ach, ich freu mich voll mal Ich freu mich darauf Ja, ich freu mich auch, wenn ich mein Boot kriege Scheiße Setz dich da rein, alter Mann So Wo bist du? Ja, ich musste mein Boot einfangen Das sieht aus Ich hab außer sich links Schiff gedrückt Die Sonne geht gerade im Berg Unter Ein Wunderschön Die Imposante So, erstmal die Die Gute Oh, der Mondaufgang Erstmal das Interface ausgeschaltet So ist das auch alles viel schöner Wenn du Steuerung drückst, dann Schneller Tatsache, alter, nice Boah Alter, nee Wir entdecken Minecraft nochmal neu Wir sagen, wir entdecken es nochmal neu Guck mal Das sieht voll cool aus Wir spielen nicht Vanilla Nein, wir haben euch nur verarscht Wir spielen das Speedboat-Modpack Ja, genau Warte, ich Ja, extra haben wir sogar mit den Sounds ein bisschen Mit selber eingespielten Oh nein Mit selber eingespielten Sounds, ne? Genau Schön Ach ja Ach, schön ist das Oh, das sieht so cool aus gerade Ja, bei mir aber auch Oh, da rechts ist ne Insel So ne Kack-Insel Kack-Insel Ja, stimmt Ach, schön Alter Okay, da vorne ist Land Da müssen wir runter Ne Savanne Ach, wie geil Ja, stimmt Sieht gut aus Das sieht aber nicht schlecht aus Oh, da wäre sie gebraucht hätten Ey, zu Fuß So, wollen wir hier ins Land gehen? Oh, warte Ach, scheiße Ja, ich hab gerade wieder Sternstunden gesehen Nein, mein Boot Ui Hallo, mein Boot Ich will das haben Ach ne, mein Boot haut gerade ab Alter, meinst auch Meins auch Haut deins auch gerade ab? Wir sollen die Tintenfische da doch benutzen So Ja, egal Mein Boot ist tauchen gegangen Da Geh ich jetzt nicht hinterher Hat sich voll gelohnt Jetzt hinterher zu schwimmen Ja Oh, ist schon 31 Minuten Soll ich mein Folgenpäuschen machen Echt? Ja, nachher Ja Ja, Folgen können wir ja schneiden Ist da kein Problem Es stimmt, ist ja richtig Aber Huch Oh, nö Warte Äh, gibt's hier zufällig Schafe? In der Savanne regnet das nicht? Ach I Ne Ist ja Alter Wusste ich gar nicht Ist halt Savanne, ne? Na gut, das stimmt allerdings Jetzt regnet das aber noch Men und Mensch So Weiter Ja, selbstverständlich Können wir weiter gehen Aber selbstverständlich Da vorne ist Lava Schafe Warte Ähm Äh Ofen Hast du nur einen? Ne, ich hab den Ja, aber selbstverständlich Ja, das ist kein Ofen So, warte Ich muss mal eben kurz Ähm Zwei Eisen schmelzen Oh, wie viele Schafe hier sind Ja Schön, schön Können wir jetzt endlich ein Bettchen machen Juhu Gruppkuscheln Ja Geben das seine, ne? Oh, Mann Match the madman Ein Bettchen, game Ja, gerne So Ähm Zack Mehr will ich gar nicht haben Ähm Zack So Und jetzt machen wir uns mal hier Eine Schere Und dann gehen wir mal auf Ähm Ja Unterhosenjagd hier Ah ne, warte Das war am Hannibal, ne? Da hatten die so Unterhosen an Das war doch schön Stimmt Macht die eigentlich wieder Texturepics? Die hatten immer die geilsten Hatte die auch Ja, ich glaube nicht Ich glaube, die werden nicht mehr supportet So, wie viele haben wir denn? Ah, locker So, warte Ich crafte mal eben Bettchen Nummer 1 Zack Zack Und Zack Und Hier Das geht so, ne? Ja Und Noch eins Machen wir hier Und Zack So Oh, ich bin Oh, ich bin Oh, dann guckst du Tschüss, gute Nacht Gute Nacht, was, ich komm auch Es ist kalt, einfach mal in dein Bett gelegt So, und zack Oh, guck dir Ach, zum Glück habe ich schlafen Ich bin kalt Ich werde ich neben dir schlafen Nein, du hast mein Bett ge... Nein Jetzt komm, jetzt komm Du hast mein Bett in der Hand Was? Hey, warum? Weil ich mein Bett abgebaut habe Weil ich gesagt habe Ich will ihn neben dir schlafen Ja, ja, Alter Ach, weil ich das, äh, aufgesammelt Weil ich das aufgesammelt habe Gut, nein So, jetzt hört doch der, ähm, Regen auf Juhu So, wo ist das doch hier? Die Schafe nehme ich nochmal mit hier Ja, das ist doch mal Das ist doch super Ja Das ist doch, äh, sehr schön Da oben brennt ein Skelett Da springt ihr drunter So, ich spiele jetzt noch Was, wir spielen schon eine halbe Stunde, weiß man Wir haben noch nichts auf die Kette gekriegt Ist so Aber, wie gesagt, wir haben noch Zeit Wir haben Zeit Oh, wie geil Die Sonne sieht von unten aus wie so ein Lavaball, Alter So ein Feuerball Ach ja, schön Äh, hab ich eigentlich was zu essen? Da, ähm, könnte ich eigentlich mal kurz Könnte ich mal kurz hier ein bisschen, ja, ein bisschen werkeln Ein bisschen was gucken Stimmt, ja, ich weiß nicht Bin gerade überlegen, ob ich das Texturenpack ändere Ach komm Ja, mehr muss nicht, ja auch stimmt Warte, dann, 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 dann wechsel du mal deinen Texturenpack Und, äh, wir gehen in der Zwischenzeit Äh, genau Wir gehen in der Zwischenzeit Schon spät Äh, Deutsch wird langsam kritisch Weil Sandmännchen ist auch schon vorbei Dann, ja Äh, ich will Hammelfleisch So Ich hab Hunger So, hier, zack, krieg ich auch noch Wolle Und dich will ich auch Gib mir dein Fleisch Und Blut Geben die eigentlich auch Leder? Ich glaube wohl, ne? Wer? Schafe? Ne, die geben, äh, Wolle und, äh, Hammelfleisch Leder nicht? Ne Die geben doch kein Leder Was weiß ich denn? Die geben, gehen Leder Was weiß ich denn, ja So, ähm, zack und, zack So Und jetzt erst mal warten Ding, 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 ding Was ist da denn hier? Ähm Was meinst du? Die Leute in der Aufnahme werden das dann wohl sehen, denke ich mal Äh Äh Ich will am besten Ich will am besten Ich Will, äh, äh Kannst du dir, äh Ja Ich brauch die, ich brauch die Klicks guckst ja am besten fünf mal an, so. Es fliegt jetzt erstmal Default. Ha, Default, ah, ist schön. Default find ich immer noch schön. Ja, balance it. Mal aufgefallen, wir reisen irgendwie und bleiben an jeder Ecke stehen. Ja. Weil du immer Hunger hast, ich immer Hunger hab und ja. So, worte, ich guck schon mal bis das Mooster weitergeht. Man kann ja mal. Man kann ja mal. ja wieder kommen dahinten was haben wir denn hier so ein Lava Pott ich sag ich ich finde hier gar nicht mehr so doof hat was ne hier mit der mit dem kleinen Strand hier ja eben da für dahinten ja da wo du grad stehst boah eine Mine vor allem hier bleiben wir guck dir das an ja ich habe Angst dass wir den Ofen gleich nicht mehr finden die zwei Meter äh ja ist okay ich komme ein riesen Loch ich habe auch ein riesen Loch das mal ein Loch du mit einer Mine drin das mal da hab ich meine Wurst reingesetzt nein ach fuck ich will auch nein das war noch nicht mehr extra ach man warum habe ich denn ein Schiff losgesa alter wie geil aber schnell hier raus ich will kommen wir dürfen das noch nicht erforschen wir dürfen das nicht erforschen nein das machen wir mal wann anders das ist voll spannend voll spannend gut auch meine Musik ist wieder Musik sagt Moin Computer sagt und das ist auch und jetzt hoch leichte Trollen wie er hallo so geil für mich ihr habt ihr habt ein wenig verheiratet nein da aber sagt er besandt pro was sagt auch mal heute wird man sich kann was ihm mehr Ich kann das nicht mehr, der Druck ist zu groß Ja Und ich hab grad Die Autobahn gehört Die Autobahn Wo wohnt denn du, an der A31 oder was? Nee, an der A32 Ach doch Ja doch so weit Oh, ich wär da fast hinterher gesprungen Ich hab's gesehen Weil ich dachte, kann man drauf Ich hatte doch irgendwie an die Sieg oder so, da hatte ich das weggeschmissen Oh Leute, ey, das ist doch nicht ernst Ich hatte doch mal ne Schaufel Jetzt stecken wir hier in dem Loch fest, ich glaub das ja nicht Jetzt sag nix weiterleutiges Aha Loch Ist Loch Jetzt stecken wir in dem Loch fest So, wo ist eigentlich der Ofen? Ähm Ja, deswegen wollte ich ja nicht gehen eigentlich Aber ich hab ihn schon wieder Jetzt kommt die Hardcore Jump'n'Run Einlage Zack, zack Und hier haben wir auch schon alles gebraten Ja, klar Wir sind doch Minecraft Pros Hier, guck mal So macht man das Hoch zwei Haha, schön Das wär auch ein cooler Format, ne? Minecraft Profis hoch zwei Ja Wegen zwei Leute und so Ach, ist ja geil Hör mal, wer da hämmert, wär auch ganz cool Hör mal, wer da hämmert, wär auch ganz cool Dann wär geklaut Ist aber richtig, aber wär lustig Hör mal, wer da hämmert So Oh, schon wieder so viel Schafe Ja, hier müssen wir Die anderen hab ich alle umgebracht gerade Aber Hier müssen wir bleiben Hier können wir bleiben Also hier können wir vielleicht unsere erste Basis mal aufschlagen Basis? Ja, okay, warte Wie wär das denn? Dann schlag ich dir jetzt mal meine Basis auf Warte Wo bist du? Ja, mach mal Ich seh dich von hier Basis Hier oben, hallo Warte Ja, ich hab's gesehen Ich weiß genau, was der baut Was denn? Zwei Sekunden Brauchen wir jetzt mal Wer zieht durch die Wälder und baut so Sachen? Oh Sieht man das? Ist das dein Ernst? Ja In dem Moment bin ich dann auch raus Verbindung trennen Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme Ähm Ne, ich dachte jetzt, du machst ein Erdpenis Achso, nein Ja, ne, gut Ich war viel kreativer, ja Komm auf die Idee Huch, hier unten ist Alter Alter Schwede Alter Schwede Okay Du willst Kreativität? Okay, ich geb dir Kreativität Nice Nice Okay, da geh ich nicht rein Können wir wann anders machen? Ich hab grad mal ne Rolle Alter, wie viel Kuhle Ja, ich bin bloß da Ich bin bloß da